Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Talk in Town mit meinem überaus erfolgreichen Trainer an meiner Seite, Bob Hanning. Du bist schon wieder mit zwei Punkten zurückgekehrt. Mittlerweile ein Lauf von 12 zu 2 Punkten. Wird es dir nicht langsam unheimlich? War das eine Frage? Ja. Nee, bin ich unheimlich. Aber wenn du jetzt eine Analyse des Hagenspiels wieder hören willst, kann ich dir natürlich kurz darauf antworten. Also das war für uns schon wirklich ein extrem schwieriges Spiel, was die Vorbereitung darauf angegangen ist, weil einfach der Fokus natürlich nicht auf diesem Spiel richtig liegen konnte. aufgrund der Nationalmannschaft. Und Mathis Langhoff hat dann gesagt, er möchte gerne mitspielen. Und dann fiel der Flug aus und dann war er irgendwann dann am Spieltag da und wir haben nicht gemeinsam trainiert. Und wie gesagt, es war nichts, was darauf hindeutete, dass man ein gutes Spiel machen kann. Und das war wahrscheinlich der Schlüssel dazu, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da kann man mal sehen, wie wichtig Vorbereitung auf dem Spiel auch in Wirklichkeit ist. Also die haben das, wir sind extrem gut reingekommen in das Spiel, haben einen Blitzstart gehabt, haben dann so ein bisschen zu schnell durch, ich habe dann auch gewechselt, weil ich ein bisschen hinten raus die Power haben wollte, haben dann ein bisschen den Rhythmus verloren, zu schnell in die Abschlüsse gegangen und haben das dann in der Phase nicht ganz so gut gemacht, um dann aber uns wieder zu fangen und ich nenne das immer ganz gerne erwachsen zu spielen, wirklich sehr erwachsen zu spielen. Sie sind dann in die Pause mit einer Führung gegangen und das war dann auch der Schlüssel für die zweite Halbzeit. Ich habe das auch in der Kabine nach dem Spiel gesagt, Marvin Siemer und Max Benecke, jeder weiß, dass ich jetzt nicht so gerne, Max Benecke, Mathis Langhoff so gerne Spiele auch heraushebe, aber Mathis hat uns natürlich in der Defensive den Unterschied gebracht und Marvin Siemer ist dann als A-Jünglicher reingekommen, Donnerstag habe ich die Tour geschrieben, ist Freit, ist Donnerstag danach mit mir zum Spiel geflogen und macht dann mit so einer tollen Leistung die Verletzung von Tim Grüner. Das waren viele Momente, viele schöne Momente, die haben das echt toll gemacht und wir haben dem Gegner, das glaube ich, können wir wirklich ehrlich sagen, auch nicht den Hauch einer Chance gelassen, dass sie dieses Spiel gewinnen könnten. Ich glaube, wenn wir heute spielen würden, würden wir immer noch führen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Ich muss lachen, weil ich habe mir eine Frage überlegt und dann hast du einfach weitererzählt und weitererzählt und jetzt habe ich sie vergessen. Jetzt machen wir einfach weiter. Du hast angesprochen, Marvin Siemer, kommt wie Kai aus der Kiste, aus der A-Jugend, fährt mit, zweite Bundesliga, als wenn es nichts wäre und macht acht Tore. Du willst nicht so gerne über einzelne Spieler sprechen? Ja, habe ich verstanden, aber trotzdem müssen wir vielleicht ein Wort dazu verlieren. Also es ist ja schon ein Wahnsinn. Also man muss ja erst mal auf dem Markt jemanden finden, der acht Tore in der zweiten Liga macht, auch mit einer Vorbereitung und du zauberst den aus dem Hut. Ist das nicht auch die Stärke dann, wenn man so einen Unterbau hat, so einen starken, dass man zumindest auf diesen Positionen außen, im Rückraum ist es sicherlich auch etwas schwieriger dann, und wegen Durchschlagskraft, aber auch außen, dass man das so ersetzen kann. Das ist ja eigentlich ein Traum für jeden Trainer, der darüber verfügen kann. Nein, wir haben wirklich drei Ausnahmetalente auf der Position, eigentlich schon fast fünf, wenn man ehrlich ist. Das ist die Position, die wir bei den Füchsen, was die Anzahl der Spieler angeht, einfach unfassbar besetzt haben. Wir haben mit Tim Freyhofer jetzt mal mit der Speerspitze bei den Füchsen jemanden, wir haben mit Tim Grüner und mit Nils Fuhrmann zwei wirklich richtig gute Außen beim VfL Potsdam jetzt. Und dann kannst du tatsächlich auch mit dem U19-Nationalspiel, mit was du gerade gesagt hast, mit Marvin. Und jetzt muss man aber auch mal ehrlich sein, Ole Machner macht gerade zwei überragende Partien bei den Füchsen zwei. Also hat mich da auch riesig drüber gefreut. Also auf der Position sind wir wirklich unglaublich gut besetzt. So ein Satz zu Marvin, gerne. Hat mich unheimlich für ihn gefreut, ist aufgewecktes Bürschchen und macht das schon in der A-Jungo, macht das in der zweiten Mannschaft gut. Haben auch lange überlegt, was machen wir mit ihm. Ich habe lange mit ihm gesprochen, auch fürs nächste Jahr. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihm noch ein Jahr in der dritten Liga einfach auch gut tut, weil er da auf Halb decken kann. Und ich glaube, das ist immer so dieses Gesamtbild, Abwehr und Angriff und Entwicklung und vernünftiges Reifen ihm gut tut. Deswegen haben wir die Entscheidung für ihn auch so oder mit ihm für ihn auch so getroffen. Er kommt rein. Ich habe ihn gefragt, die Formulierung muss jetzt etwas anders, weil es ja hier gerade wird live aufgezeichnet, ob er sich traut, die sieben Meter auch zu werfen. Ich hatte vorher mit Lasse gesprochen, wir hatten eine Besprechung, man hat gesagt, komm Lasse zu mir. Er sagte, Mensch, wer schießt eigentlich die sieben Meter, weil sonst macht es Tim ja immer. Und dann sage ich, du, da haben wir gar keine Gedanken drüber gemacht, hast du recht. Und er sagte, kannst du ja nur Max Benecke schießen lassen oder Marvin, er macht das doch in der zweiten auch. Dann lasse ich es wohl besser Marvin machen, also lass mal Marvin schießen. Und ich habe gefragt, ob er sich zu traut, sondern klar, dann macht er das sehr, sehr souverän. Dann war es in der zweiten Halbzeit so, dass ich eigentlich vorhatte, gegebenenfalls noch was anderes zu unternehmen und dafür zehn Minuten Nils eine Pause geben wollte. Und Marvin mal dieses Darn-Schnuppern ihm geben wollte und hat er das halt so gut gemacht mit seinen fünf Toren. Aber auch Teil der Wahrheit, das habe ich ihm auch gesagt, er läuft die letzten beiden Gegenschüsse nicht mehr konsequent und der letzte Wurf war auch nichts. Und das geht in der zweiten Liga nicht und das geht als junger Spieler nicht. Und er hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, aber das durfte er sich dann trotzdem auch noch anhören. Okay, nichts anderes habe ich erwartet, Bob. Vielleicht ein bisschen was zum Ergebnis. 36 Tore wieder geworfen, 29 bekommen. Also letzten Endes ist ein hoher Sieg, aber es ist so eine Tendenz in den letzten Spielen, dass wir also viele Tore werfen, aber auch einige kassieren. Macht dir das vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen? Macht es mir in der Tat. Jetzt haben wir natürlich auch relativ viele Angriffe, auch dass es andere Mannschaften haben nicht die Anzahl der Angriffe, wie wir sie fahren. Nicht alle nicht, aber ich glaube, dass wir da sicherlich zu den Top Dreien gehören, was den Weg nach vorne angeht. Und ich versuche ja immer auch zu gucken, wie passt die Mannschaft, wie zusammen, wie kriegst du das gestellt und von welcher Seite laufen wir als erstes an. Und die Mannschaft verweigert mir das zweite Abwehrsystem von Anfang an. Das kriege ich im Moment nicht implementiert. Also ist egal, was du machst. Sie zeigen es mit einer Hartnäckigkeit, dass sie das nicht können und auch irgendwie gefühlt nicht wollen. Und das ärgert mich maßlos. Und wir sind auch in der Situation, Abwehrspiel einfach nicht stabil, wenn Mattes nicht dabei ist. Nicht so gut, wie wir sein müssen. Das müssen wir zwingend hinkriegen. Da haben wir auch heute wieder daran arbeiten müssen. Das macht mir wirklich Sorge. Also jetzt kann man sagen, wir sind jung. Ja, sind wir. Aber wir haben noch nicht dieses Gefühl, wann gehe ich raus, wann gehe ich nicht raus, wann attackiere ich, wie attackiere ich. Obwohl wir im Schnitt immer eine gute Torhüterleistung haben. Es gibt vielleicht ein, zwei Spiele, in die wir gespielt haben, wo wir gesagt haben, wir haben gar keine Torhüterleistung gehabt. Und daran hat es gelegen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben wieder 15 gehaltene Bälle von den beiden. Und ich glaube, der Schnitt ist auch gut. Ich bin mit denen auch zufrieden. Das geht immer noch besser. Wir sind an vielen Bällen dran. Und was mir immer wieder zeigt, dass die Situation erkannt ist. Wir halten nicht jeden, den wir halten müssen. Aber wir sind vom Gefühl da, wo wir sein müssen. Und das andere Thema ist eben, dass wir viel zu wenig ins Foulspiel kommen. Dann wollen wir ins Foulspiel kommen. Dann überdrehen wir. Dann überpesen wir. Dann spielen wir Harakiri. Also da haben wir echt noch einen weiten Weg vor uns. Und der wird am Ende der Saison auch noch nicht abgeschlossen sein. Jetzt geht es am Mittwoch gegen Elb-Florenz-Dresden. Gegen die hast du schon zweimal gespielt in dieser Saison. Einmal im Pflichtspiel in Dresden mit einem tollen Sieg, den ihr auch ausgiebig feiern durftet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch überraschend, dort die zwei Punkte geholt zu haben. Ich würde sagen, sensationell. Das meine ich wirklich. Das fand ich wirklich sensationell. Ja. So, dann habt ihr in der Vorbereitung nochmal gegen Dresden gespielt. Ganz andere Voraussetzungen, klar und Vorzeichen. Und kann man sicherlich auch nicht so bewerten. Aber es war ein sehr enges Match und ist, glaube ich, mit einem Tor für den VfL ausgegangen. Und jetzt das dritte Mal in Potsdam, wo es dann auch wirklich um die Wurst geht. Und der HC Elb-Florenz, der jetzt auch vollzählig hier antreten wird. Und sicherlich eine harte Nuss sein wird am Mittwoch. Oder wie siehst du das? Es geht immer um die Wurst, auch im Freundschaftsspiel. Weil das eine Sache der Mentalität ist, wie man Spiele angeht. Aber ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht, habe mir Sport Deutschland TV angemacht und habe mir Elb-Florenz angeguckt gegen Konstanz. Und bei 10-1 habe ich es dann ausgestellt und habe gesagt, Jungs, das macht ihr echt richtig, richtig gut. Das war, sie haben vorne gut gespielt. Ich glaube, der Trainer von Elb-Florenz hatte schon in der Phase vier oder fünf Sachen bis hin zum Sieben gegen Sechs. Offensive Abwehr, defensive Abwehr, wirklich alles schon reingeworfen. Und ich kann so gut mitfühlen, was das mit dem Trainer macht. Wenn du das Gefühl hast, du hast nach 15 Minuten wirklich alle Patronen schon verschossen. Und verdammte Scheiße, es geht nichts auf. Und Elb-Florenz hat das echt richtig, richtig gut gemacht. Jetzt will ich es nicht zu hoch aufhängen und will jetzt nicht den Gegner großreden. Aber diese Phase zeige ich auch den Jungs nochmal auf dem Video. Es war, das war wirklich gut. Also wenn sie so immer gespielt hätten, dann wären sie jetzt wahrscheinlich Zweiter oder Dritter. Und das hat nichts damit zu tun gehabt, dass du gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten gespielt hast. Sondern die Art und Weise war schon toll. Wir haben eine gute Truppe. Wir werden ohne Mathe spielen müssen. Wir haben es vorhin schon mal auch angesprochen. Es ist jetzt auch gut, dass wir irgendwann mal anfangen, ohne Mathe zu spielen. Weil wir brauchen jetzt unsere eigenen Lösungen. Und dafür ist es ja auch da. Und ich freue mich jetzt gleich aufs Training mit den Jungs. Und ich bin mal sehr gespannt, wie wir dann am Mittwoch auftreten. Nochmal, wir wollen es natürlich gewinnen. Aber das war echt richtig stark. Man merkt, dass die jetzt langsam wieder besser werden. Und das ist schon eine wirklich gute Handballmannschaft. Wenn ich jetzt Dresden wäre, dann würde ich schwer davon ausgehen, dass Marvin Sievern nochmal mitspielt. Können wir ihn ja beantworten, falls wir es hören. Der spielt auf jeden Fall wieder mit. Ja, das denke ich mir. Egal, was du jetzt sagst, zum Kader gehen. Wir werden mit dem gleichen Kader reingehen, mit dem wir Hagen gespielt haben. Wie gesagt, Mathis spielt im Europapokal. Und dadurch, dass sie erst... Wir haben auch überlegt, ob wir ihn noch zum Einsatz bringen. Aber die spielen, ich glaube, Viertel vor neun. Und fahren deshalb erst in aller Ruhe am Mittwoch zurück. Und von daher ist es auch, das ist auch in Ordnung. Und das macht dann auch Sinn, dass er nicht spielt. Gut, aber bislang bist du auch gut damit gefahren, immer auf deine eigenen Stärken zu gucken. Und nicht auf die, die fehlen, sondern die, die da sind, deinen Fokus zu legen. Und genauso wird es am Mittwoch wahrscheinlich dann auch sein. Wir können uns auf jeden Fall freuen auf ein torreiches Spiel. Denn auch der HCL Florenz ist mit einigen Waffen ausgestattet im Rückraum. Du hast es eben angesprochen. Sebastian Gress, der mir persönlich auch sehr gut gefällt. Ein sehr erfahrener Zweitligaspieler. Auch rechts außen Lukas Wucherfennig. Ich glaube, der Haupttorschütze von HCL Florenz. Also eine richtig starke Mannschaft, die auf uns zukommt. Wir freuen uns drauf. Am Mittwoch haben wir einen Spieltagspresenter. Die Firma PCH wird sich hier präsentieren im Umlauf des Spiels. Und wir werden eine größere Präsenz haben. Wir erhoffen uns eine große Kulisse. Wir haben auch einiges dafür getan. Und ich freue mich einfach jetzt auf Mittwoch, auf dieses Spiel, auf dieses Ostderby. Und auf unsere Jungs, die, glaube ich, das auch März verdient haben. Jetzt nach diesen letzten Spielen, die sie wirklich unfassbar gut bestritten haben. Und 12 zu 2 Punkte in dieser wirklich starken Liga. März verdient, dass die Hütte auch mal voll wird. Darauf arbeiten wir hin. Bob, wir freuen uns drauf. Wir wünschen jetzt viel Spaß beim Training und viel Spaß beim Spiel am Mittwoch. Danke dir. Danke.